Verbote beginnen mit dem Partikel La meistens. La taqrabu zina. Kommt dem Zina nicht nach. Oder kommt dem Zina nicht nahe. Ja, auch Verbotsformen oder Ausdrücke des Verbotes haben eine vordergründige Bedeutung. Die vordergründige Bedeutung ist der Tahrim, dass es verboten ist, absolut verboten ist. Das heißt, man versündigt sich, wenn man nichts tut. Aber auch Verbotsformen können eine hintergründige Bedeutung einnehmen, also im Sinne der Empfehlung, etwas nicht zu tun. Nicht im Sinne des Tahrim, das etwas Haram ist. Oder im Sinne einfach der Karaha, das etwas Makruhe ist. Ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel im letzten Dars schon erwähnt hatte mit den Datteln und den Rosinen. Ibn Umar, er saß in einer Sitzung mit ein paar Leuten und er sagte, Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat Datteln zusammen mit Rosinen verboten. Was heißt das? Er hat damit gemeint, ihr wisst ja, man hat Getränke vorbereitet, indem man beispielsweise eine Flüssigkeit hatte, Wasser oder so. Und da hat man dann Datteln reingelegt und hat sie für ein paar Tage oder Nacht oder so drin gelassen. Richtig? So, manche Dinge, wenn man sie zusammen auf diese Art und Weise verarbeitet, kann es schneller zur Alkoholisierung kommen. Es kann schneller dazu führen, dass das Getränk berauschend wird. Und deswegen hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, verboten, diese beiden Dinge zusammen so als Getränk vorzubereiten. Wenn ich das mache und dieses zubereitete Getränk dann zu mir nehme, bevor es alkoholhaltig geworden ist. Alkoholhaltig, damit meine ich, in einer Menge, die berauschend ist. Weil ein geringer Anteil von Alkohol ist in vielen Lebensmitteln drin. Reife Bananen, das Brot, Hefeteig, Früchte, Säfte, Fruchtsäfte, sage ich nun, glaube ich eher. Alle haben einen geringen Anteil an natürlichen Alkohol, der einfach entsteht. Aber der ist so gering, dass er nicht berauscht. Wenn ich das machen würde, hätte ich dann etwas Begangenes, Haramis, nein. Ibn Umar hat diese Worte gesagt, Naha Rasulullah, hier sehen wir das Wort Naham, das übersetzen wir meistens in der deutschen Sprache als verbieten. Und was euch der Prophet gibt, das nehmt. Und was er euch verbietet, dem enthaltet euch. Also, einer der Anwesenden hat gefragt, einen anderen, was hat er eben gesagt? Was hat Ibn Umar gesagt? Und dann hat der, der Mann, der das gehört hat, er hat den Satz etwas verändert, ein Wort ausgetauscht. Nach seiner Auffassung ein Synonym. Er sagte, Harama Rasulullah. Er hat den Unterschied. Ibn Umar sagt, Naha. Naha kann heißen, kann heißen Harama. Also, er hat es als Haram-Handlung verboten. Kann aber auch heißen, einfach so als Empfehlung. Wenn ich dir zum Beispiel sage, tu das nicht. Tu so und so nicht. Ich meine damit, es ist besser für dich, wenn du das nicht tust. Das kann auch das Wort Naha bedeuten. Die Person hat aber gesagt, Harama Rasulullah. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat es als Haram bezeichnet, dies zu tun. Dann sagte Ibn Umar, der hat das gehört, der sagte, er sagte, lügst du über den Propheten, sagst du eine Lüge über ihn aus? Und er sagte, hast du nicht eben gesagt? Du hast doch eben gesagt, Naha Rasulullah. Hast du das nicht eben gesagt? Da sagte er, kannst du das bezeugen? Wenn es Haram ist? Und dann sagte einer der Überlieferer, er sagt, Er deutet daraufhin, Ibn Umar, dass es unter den Nahi, also den Verboten, ich übersetze es mal so, Verboten des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Dinge gibt, die Adab sind, zum Anstand gehören, zu den Sitten gehören, damit soll aber nicht ausgesagt werden, dass es Haram ist. Und in der Realität gibt es das sehr oft. Deswegen, aus diesem Punkt her, haben die Fukaha, die Rechtsgeladen der Mazahib, eine Regel entwickelt. Eine Regel entwickelt, die sagt, Verbote und Befehle, die sich auf Sitten und Anstand beziehen, sind für den, für den ist die Hibab und die Karah, also dass etwas erwünscht ist, oder wenn es ein Verbot ist, dass es unerwünscht ist, also nicht verpflichtend und auch nicht Haram. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Und übrigens, Leute, die einen gewissen Hang zur Wahiriya haben, zu diesem oberflächlichen Madhhab, die neigen dazu, all diese Verbote und Befehle auch immer als Haram und Wajib zu behandeln. Es muss nicht immer sein, dass der wirkliche ein Zahiri ist, aber ich meine, man sieht das bei einigen. Zum Beispiel, das Essen mit der rechten Hand. Es ist offensichtlich, dass es eine Sitte und Anstand ist. Verpflichtend? Nein. Das Aussprechen der Basmala vor dem Essen. in Gefäße zu, wie sagt man, zu pusten. In Gefäße zu pusten oder aus Gefäßen aus Flaschen zu trinken. Im Stehen zu essen. Im Stehen zu urinieren. Auf dem Bauch schlafen. All diese Dinge sind Makro, nicht Haram. Oder das, die Haare, der Qasa, dass man die Haare an Teilen des Kopfes rasiert und an Teilen bestehen lässt. Übrigens ist mit dem Qasa das Rasieren gemeint, nicht das Kürzen. Der Stufenschnitt gehört nicht zum Qasa. Der Qasa, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten hat, verboten im Sinne der Qara'ah, bedeutet, einen Teil des Kopfes künstlich zu rasieren und einen Teil davon zu lassen. Oder beispielsweise auch das Verbot, die Kleidung zu krempeln im Gebet. Qara'ah da? Da eben. Da eben.